So Leute, wir sind gerade im Livestream. Erstmal vielen, vielen Dank, Ludwig, für dein Geschenk. Ich habe noch keine Ahnung, was drin ist. Wenn ihr Bock habt, mit mir zu spielen, kommt einfach in den Livestream rein. Wir haben das ein bisschen geändert. Einfach beitreten ist nicht mehr. Ihr müsst halt schon im Stream drin sein. Und jetzt gucken wir natürlich, was der Ludwig mir geschenkt hat. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für den Support. Alle, die meinen Creator-Code eintragen, die jedes Video liken, kommentieren, erstmal vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Also in dem Sinne würde ich sagen, öffnen wir in 3, 2, 1. Ich habe aber nur keine Ahnung, was drin sein soll. Habe ich irgendeinen Mode, was ich noch nicht habe? Warte mal, ich wette Lackierung. Ja, schön. Super. Level-Aufstieg. Klasse. Kommt jetzt das Geschenk? Ah, Disco-Fieber. Disco-Fieber. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Ehre. Direkt mal zeigen, was es war, weil ihr wisst ja, wenn man was geschenkt bekommt, muss man ein bisschen Ehre da lassen. De-de. De-de-de-de-de-de. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Luca. Liked auch vor allem das Video. Gerne in den Kommentaren reinschreiben. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank. In dem Sinne, bis zum nächsten Video und haut rein.